moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der sony playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen video zu einem themen commentary ja als erstes ich arbeite tatsächlich daran an einem projekt was ich noch nicht weiß man es fertig wird und zwar ein video youtube video projekt was ist das für ein projekt und was soll das werden nun ja ich bin auf der suche nach einem namen für meine themen commentaries die ich auf youtube nun ab und zu machen will und ja ich habe mir gedacht hey warum wenn ich meine videos dich nicht mache die ich damals auch schon gemacht habe nicht alltag in gta 5 genau und das werde ich auch tun ich habe diese serie damals schon kurz kurz gemacht relativ kurz und ja das will ich auf jeden fall weitermachen und fangen an mit dem ersten video und das ist das hier alltag in gta 5 und zwar fangen wir ganz neu an ganz neu teile waren so und heute in alltag in gta 5 geht es die gefährlichste stadt der welt es ist natürlich so dass die gefährlichste stadt der welt immer eine andere stadt ist und auf verschiedenen internetseiten fühlt man verschiedene städte es ist nicht immer so dass ach du du ratte die hatte hat mich aus dem auto geworfen und zwar das ist nicht immer so dass eine stadt gewählt wird sondern ist ja immer unterschiedlich ich meine ich habe bei google schon geschaut da gibt es verschiedene internetseiten die sagen nein jurat ures ist die gefährlichste stadt der welt und die andere stadt und die andere seite schreibt haffington post schreibt caracas ist die gefährlichste stadt der welt und bei jemand anderem ist es kabul aber man kann auf jeden fall sagen in einer mexikanischen stadt wie zum beispiel caracas oder ciudad ures ist die kriminalität enorm in deutschland kommen auf 100.000 menschen im jahr 0,9 morde in eine stadt wie ciudad ures kommen ungefähr 120 bis 150 morde und das ist nur die registrierte zahl jetzt sagen natürlich viele hey damasko so seine aleppo in syrien da werden noch viel mehr leute hingerichtet es geht eigentlich auch darum eine funktionierende stadt und diese kriegsgebiete wie jetzt in syrien sind das kann man nicht mehr als stadt bezeichnen das ist einfach nur noch zerbombt der asche was würde ich noch sagen ja ich will euch einfach nur ein bisschen näher bringen die kriminelle kriminell das eigentlich ist verdammt kriminell ich meine da ist los santos hier noch eine in kindergarten dagegen warum ist es so kriminell nun ja in erster linie sind es die drogen es gibt viele kartelle viele gruppen und die wollen natürlich auch die herrschaft und die killen natürlich auch leute als zeichen als abschreckung und da gibt es natürlich leute die entführen leute um lösegeld zu bekommen es gibt ganz viele gründe es ist ganz ganz krass da und da gibt es keine hemschwelle das ist wie die islamisten wie die islamisten sondern wie die terroristen wie der islamische staat die haben kein mitleid die schneiden dir den kopf ab wenn es sein muss für einen kram heroin ja furchtbare sache und hier in deutschland hier in deutschland ist alles super ehrlich ich meine wir haben jetzt eine million flüchtlinge das will ich ja auch noch mal ansprechen und wir haben eine sinkende mordrate und ich bin doch mal ganz klar sagen hört auf irgendwie auf diesen internetzeiten rum zu forschen das weiß ich was es da alles gibt oder alles zu glauben was im internet steht weil das ist vieles 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 falsch weil wir haben in deutschland eine sinkende mordrate verdammte scheiße eine sinkende mordrate und das im jahr 2015 hatten wir und das verstehe ich nicht er kann überhaupt nicht schießen und ja ich mein deutschland ist ein super land wir haben eine super polizei wir haben natürlich auch polizeikorruption so ist es nicht aber dies nicht so hoch und ja wir können hier wirklich sicher sein weil wir haben auf 100.000 morde in deutschland 0,9 morde nur das bedeutet nichts anderes als die chance ist 200 mal kleiner in deutschland als in mexiko erschaffen zu werden was will man mehr also leute haut rein bis zum nächsten mal heute ganz kommen auf der playstation 4 und schau bis zum nächsten mal haut rein